ich grüße dich schön dass du eingeschalten hast ja ich blute noch immer wie sau am dienstag natürlich und ja ich bin hier für äußergewöhnlich auf dem zentralfriedhof drüben und ja ihr findet es äußergewöhnlich dass ich am friedhof immer aber was soll es damit muss auch beweisen kann ja habt ihr das sogar auch die busse und ja es ist zwar außergewöhnlich dass ich das mache aber ich möchte auch an dem tag hier mit erreichen dass wir bald unsere angehörigen die im friedhof fliegen besuchen müssen am ersten november deswegen gibt es auch auf diesem kanal kein video von mir ich finde es zwar mega traurig dass menschen von uns gehen für die die aktuell verstorben sind mein aufrichtiges beileid und freunde genießt euer langes wochenende am ersten november glaubt mir ich wünsche euch noch was